Der prominenteste Fall ist wohl der Mord am saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Er wurde getötet wohl einfach, weil er kritisch berichtete. Grundsätzlich gilt, laut Reporter ohne Grenzen, Journalisten leben immer gefährlicher. So wurden in diesem Jahr 80 Medienschaffende getötet, die meisten in Kriegsregionen. Das gefährlichste Land ist Afghanistan mit 15 Todesopfern. Besorgniserregend auch Mexiko mit neun getöteten Journalisten. Auch jenseits der Todesfälle wird die Arbeit als Journalist immer risikoreicher, so Reporter ohne Grenzen. Die wichtigste Entwicklung unserer Jahresbilanz ist eigentlich, dass die Zahl der Inhaftierungen von Journalistinnen und Journalisten weltweit dramatisch angestiegen ist, auf knapp 350 Journalisten weltweit. Von den 348 Inhaftierten saßen allein 60 Medienschaffende in China im Gefängnis. Beunruhigend auch, 33 Journalisten wurden in der Türkei eingesperrt. Auch in Europa ist das Klima für Journalisten rauer geworden. Insgesamt gibt es eigentlich keine andere Region weltweit, die sich so bezüglich der Pressefreiheit verschlechtert hat im vergangenen Jahr wie Europa. Ein besonders krasser Fall der Mord am slowakischen Journalisten Jan Kuczyk. Er sorgte europaweit für Entsetzen. Der Journalist schrieb über Verbindungen zwischen Politik und organisierter Kriminalität. Bis heute ist der Fall nicht geklärt. Das war nicht so, dass wir uns aufgrund der Nähe von uns aufs Achtung. Und das war nicht so, dass wir uns auf den Punkt beugen, dass wir uns auf die Nähe von uns auf den Punkt beugen. Vielen Dank.